Assalamaleikum Muchachos, wir sind wieder am Stizzle mit Rainbow Six Siege, Shranked! Die selbe... Warum? Gib mir meine Ash! Gib mir sofort meine Ash, Alter! Gib mir meine Ash! Dankeschön! Wir sind am Stizzle mit Full Pre-Made Team und zwar haben wir irgendeiner Ball Johnny, Diver Jake aka Rio und Marbosa. Hallihallo! 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 So, sie werden ja eh in Garage sein, denk ich mal. Die Kurski Carrier, also wird das eh nichts. wir beginnen den runden nicht im keller nicht im keller nein erst mal dass sie haben wir in der mitte in der versammlungshalle ist ja schaffst du sie macht ja im fenster ganz knapp was ist das schönes ding war das die ah nee es war nicht die weg muss ja hier eigentlich irgendwo wo das hier auf ja bist du drin oder er ist frei nein aber meint ich kann zu naden ich finde schön Nein, scheiße! Warteoggier, weg LEGO, WEGGIE DER WEGGIE DER WEGGIE DER WEGGIE DER WEGGIE DER Wir droppen auf. Vakery ist das Gitch in Norbert, Schocky frei, Schocky frei. Kann ich das rausziehen, Mann? Ja, ich guck hier durch. Oh, hier ist Vakery. Objekte-Zoom. Gitch in Norbert. Ja, ist das eine Sprengladung dabei? Gitch in der Schein. Nein. Keller. Ja, Kapkan. Pack! R-Rocca-Rocca-Rocca-Ping. Und zwar. Irgendwann genau rechts von der Treppe, ne? Ja. Ja! Ja! Ja, schon wieder bei Kapkan. Ja, ficken Kopfhüt oder was? Wo denn? Wo denn? Drittel leben, rund Treppe, runter. Äh, Roco, ähm, Rokke, rechts von dir. Voll! Das ist richtig, Alter. Was zum Freude. Der war so... Ah. Kapkan schon down? Ja, Kapkan ist immer noch Tafla. Der Glück. Äh, Rokke. Kapkan ist immer noch Tafla. Okay. Weiß nicht, ob das so... Wir werden den schon kriegen. So leise brauchst nicht mehr. Kapkan kommt Treppe runter. Kavi, 28 Sekunden. Ah, das ist weg. Weiß ich was? Weiß ich was? Wie ist der da? Ich muss von Tafla gehen. Äh, Kapkan ist jetzt zum Haube, rechts von dir. Rechts von mir da? Nein, 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 nein. Auwe, weiß ich nicht. Oh nein. Doch, was ist das? Oh, was ist das? Ja, aber der Kapkan. Ja, hab ich doch gerade nachgebracht. Ja, moin. Ey, das ist der Wichser mich... Oh, schade. Also das mit der El... äh mit der... mit der Valkyrie hab ich grad noch nicht so ganz kapiert. Ich aber auch nicht. Aber du hast auch... Was denn? Wo wollen wir hin? Wollen wir auch? Du hast ja nicht gezielt. Ja, Valkyrie war auch vollflashed, ne? Ja, sie hat einfach nur gesprayt, ne? Ja, ich ja auch. Ja, aber vielleicht hat sie ja angelegt und gezielt. Oder sie hatte mehr Glück beim Sprayen. Ja, das war wahrscheinlich eh. Lesion oder Elah? Lesion. Wohin? Schneemobilgarage? Okay. Ich denke mal nimm der Elah. Oha, Elbis Brain. Mein Tor. Ey, ja, nimm mir. Was zum Teufel? Hier. Ah. So, wo wollt ihr Jägergerät hin? Äh, am Drohnenloch vor Garage. Ach. Hippisch. Ja. Always. Na, 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 na. Und jetzt noch einmal hier hin. Und jetzt noch einmal hier hin. Ich hab keine Ahnung wo die Drohne ist. Ich auch nicht. Äh. Schilke und Weinzeller. Blitz. Sind hier welche? Nehmen wir die da oben. Ey, Blitz ist einfach in die vorbeigelaufen. Loan. Loan. Loan, wie das denn? What? What the fuck? Good luck, Alter. Okay, darauf kam ich grad nicht klar. Ja. Oh, au. Schönes Degen. Äh. Let's check it. Hallo, der war direkt neben mir. Das war so random weiter. Hallo, kannst du meine Schnauze halten? Ja, ja. Ruck dich. Ego is salty. Ja. Okay, den letzten. Hör ich nicht. Seh ich nicht. Sehr schön. Schönes Ding. Okay. Alter, ich glaube so ne Aktion hatte ich noch nie. Noch fucking nie. Das war echt. Das war ziemlich geil. Loan. Lern vor. Okay. Wieder Angriff. Ähm. Fletcher. Oh, Fletcher. Ich nehm dir das Letch. Yolo. Na, wer nimmt zur Arbeit? Hans-Jürgen. Okay. Warum hab ich noch keinen Kill? Wollt ihr mich ficken, oder was? Ivan is getting carried. So. Machen wir das. Dann geht mal nach unten im Wine Keller. Zu dem Keller. Wär jetzt gedacht. Ein bisschen Cheese zu dem Wine. Sieht gut aus hier. Ja moin. Moin. Wie könnte ich meine Drone erst mal verstecken? Oh, hallo. Was wird deine Drone verstecken? Verstecken. Ah. Noch 5 Sekunden. Sehr schön. Okay. Mit Nades werden wir nicht viel Erfolg haben. Zumindest nicht mit der ersten. Das ist ja Jägergerät. Deswegen ja ein Thatcher davor. Thatcher. Steht's zu Diensten. Jo. Dann hau mal eine Thatcher-Ladung da rein. Ja. Zack. Verteidigungssystem zerstört. Der Wahnsinn. Achtung Explosion. Oh mein Gott. Locked. Nein. Irgendwas anderes. Mobile Schild zerstört. Ich geh die Scheiße überhaupt nicht, Alter. Okay. Dann geh ich da nicht mehr lang. Gaubar. Nice. Nice. Soll ich nochmal eine Granate reinwerfen oder? Lockdown. Ja, mach ich nochmal eine Granate rein. Okay, warte. Hey, wenn du da hinten bist, warum schlägst du das nur noch vor, wenn du irgendwo am Arsch der Welt bist? Ich bin doch wieder da jetzt. Hey. Ich bin da. Wow. Digga, dass du nicht einfach kurz wartest. Lock 10 AP Connector. Nice one. Roken Bear ist in der Zeit. Bear ist vor der Garage im Rock Connector. Rocker. Geht einer lang. Komm, Alter. Es war nicht mal Killtrade, oder was? Äh, schon jetzt. Weiter und Zeit, ne? Woll. Ja, wo soll ich hin? Die Treppen runter. Könnt ihr mal in den Camp gehen? Könnt ihr mal in den Camp gehen? Äh, jo. Aber wenn einer ist hinter der Mülltonne, rechts von der Garage. Und gleich die Chippie. Hab kein Faller. Oh. Vor keinem? Johnny? Johnny? Ja, also doch. Die in der Garage. Die in der Garage. Okay, letzter vor der Garage. Hinter der Mülltonne. Ja. Mülltonne. Mülltonne. Geht schön links an der Seite. Geht doch rein. Geht doch rein. Geht doch rein. Geht doch rein. So. Next round. Jetzt machen wir auch die Garage unsicher. Oder waren wir gerade schon? Nein, da waren wir gerade schon. Dining. Dining. Dann nehme ich. Castle. Mute. Ääh. Dann Kill. Ääh. Ääh. BIO Gefahrgut Behälter schützen. Let's go. Ich verziehe mich nach oben. Schlafst du mal aus der Dekurve dahin. Ne. Oh, really? Au, Alter. Ich fasse die Sintrollbahn an. Zwei Schiffe gab es nicht. Hallo. Hallo. Geht ja nicht mehr, ne? Das ist zum Kotzen. Oh, nach oben schnell. Nein, nichts zu machen dann. Den Job, meinst du? Nein, meine ich nicht. Die Sintrollbahn ist ausgerichtet. Kameraübertragung läuft. Was ist denn vor? Scheiße. Wow. Wie geh ich mal mit? Ich glaube, ich krieg das Ding noch zu, oder? Ah, das ist jetzt. Front down. Roten Verstärkung ist. Störsender aktiviert. Oh. Warte. Cool. Cool. Wenn die unten vor dem Fenster sind, dann kann ich da auch ein bisschen rumfummeln. Bei meiner Position. Ich bin spottet. Ich bin spottet. Okay, da steht der Blitz davor. Ja. Oh, ich ne Ahnung. Lass ihn rein, komm ich dazu. Keine Ahnung, wo der ist. Der unten aus dem Keller. Ja. Hab jemand verletzt? Nice. Hast du IQ? IQ hab ich, ja. Der Blitz ist jetzt ein Jaffi drin. What the fuck man, hallo? Kannst du sterben? Blitz down. Einer aus dem Westen. Wo ist der denn hier? Oh, Hobi. Ich bin gerade von oben runter gesprungen, da war kein Blitz. Nein, Blitz ist doch drauf. Blitz ist down. Blitz ist down. Achso, okay. Wo sind sie? Oh, Outside Westen. Ich weiß, er wird explodiert. Einer war, einer war. War einer war. Einen Schaffi drin? Nein, Outside Schaffi drin. Ich mach wieder den Jump. Beko, du kannst oben raus springen aus dem Balkon. Hab ich. Let's have a bar. Bar? Okay. Oh, what the hell? Was made? Nein. Come on. Come on. Das war mega cool. Boom. Wenn alle da hinlaufen, hol ich mir da drauf was. Brrr. Katschen. Oh, gut Kills gemacht. Nice. Los bei dir, Marvin. Läuft. Mute. Oldschool Mute. So. Und ich könnte jetzt mit dem geilen Sledskin hier MVP werden. Wenn mir Diver Jake jetzt nicht noch ein paar Kills klaut. Hat jemand Lust eine Ziegen-Scham-Haar-Wette loszureißen? Ich setze zwei Ziegen-Scham-Haare auf Bibliothek. Oder Archiv oder wie der Scheiß heißt da oben. Man muss schon einen richtigen Namen sagen. Die haben Garage verloren. Okay, dann ist meine Wette nicht ich, weil ich den falschen Namen gesagt habe. Ja, 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 ja. Ja. Oh, fuck, Kavira. Kamps kaputt machen. Oh, Kavira. Nein. Wo sind sie jetzt? Okay, 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 wir sind wieder Garage. Ehrlich? Ja. Hier komplett von hinten rein. Das wurde Reset. Oh. Alter, was war das denn? Okay, die haben Mira im Weinzeller. In dem kleinen Pisting. Hier drüber. Fenster geöffnet. Kofi-Raum. Der Bio-Gefahrgut der LVW ist verliebt. Ich habe Mira-Fenster geöffnet im Weinzeller. Wo ist Kavira? Ich durfte gerade noch. Hat jemand Kavira? Ach, Engel hat da zwei gewacht. Dann kann ich da drücken. Kavira. Ja, und? Na, für mal. Mira ist in den Weinzeller im Pixel. War irgendwer nach oben? Äh, ne. Wirklich nicht. Ich würde schon gerade stoppen. Da in dem Raum scannen. Hinter Mira-Fenster ist keiner. Okay. Das ist keiner? Na, aber Mira ist in den Weinzeller. Hinter dem Knatter. Ist das Ding. Ich könnte die naden, wenn die was. Ja. Da in dem Flugzeug nicht zerstört. Ja, oder? Ja. Ja, 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 ja. Alter. Loil, was hast du denn gemacht da, Alter? Police! Driver, guck dir das mal an, Alter. Hä? Hä? Was? Er war einfach genau hinter dir, Alter. Er hat nur kurz auf deinen Arsch guckt und ist dann weiter. Die Situation mit dem Blitz war auch ziemlich strange. Ein Alpha Pack mit abgreifen, das wäre super fresh. 5-1-2. So, Jonny, wer lässt dich jetzt carry'n, bitte? Oh nein, ich wünsch ihm wieder Platin. Und kein Alpha Pack bei 32%, warum auch? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Links von anderen zu den Beschreibungen, guckt da auf jeden Fall auch vorbei. Nächstes Mal sehen wir uns wieder, bis dahin reingehauen. Bye-bye! $5! $&m, $%&%&!